Meine geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Z23-Studio. Wir haben heute zwei ganz besondere Gäste und zwar einmal unseren Regisseur Ömer Pekjurek. Hi! Hi Zene, ich freue mich hier sein zu dürfen. Cool, freut mich. Bei dir alles gut? Alles gut, alles wunderbar. Mit dir alles sowieso geil. Dankeschön Mann, super, cool, danke. Und wir haben nochmal unseren Kreativdirektor von Z23 und zwar Junaid Aksoy. Hi. Mehr nicht? Ja, du weißt, ich halte mich immer kurz und knackig. Alles klar. Ich freue mich natürlich auch hier zu sein. Okay. Alles klar, super. Ja, Ömer, aus einem bestimmten Grund habe ich ja gerade gesagt, du hast ja 2013 einen Film rausgebracht. Das war ja Tech Ümit. Und ich habe den Film ja gesehen, das war ja sagenhafter Film. Also ich fand den ja super cool. Und vorab meine erste Frage, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, diesen Film zu drehen? Die Idee stand mir eigentlich immer seit bestimmt acht Jahren. Von meinem zweiten Kurzfilm aus stand die Idee schon. Ich wollte immer so einen Film mit kritischen Themen, mit Integration, mit Kulturen. Und das ist mir damit halt mit Tech gelungen. Und ich freue mich sehr darauf, den Facebook-Freunde hier zu präsentieren zu dürfen. Du hast auf jeden Fall schon ein paar Punkte angesprochen. Du hast ja gesagt kulturelle Sachen und so. Und in dem Film ist ja auch sehr viele, sag ich mal, Vorurteile, die in diesem Film gebracht werden. Es wird ja auch thematisiert. Und ich habe ja auch so ein bisschen mitbekommen, dass in der Medienlandschaft das so ein bisschen so kritisiert worden ist. Wie gehst du eigentlich damit um? Ja, ja, wenn man Filme macht, muss man mit Kritik leben können. Und ich habe das halt nicht so gemacht mit politischem Hintergrund, sondern ich habe das rein künstlerisch gesehen. Ich hoffe, den Leuten gefällt es. Und so wie ich das also Feedback bekommen habe, den Leuten gefällt es, Bruder. Alles gut. In wie vielen Kinos wurde das denn ausgestrahlt? Take Your Mid wurde in Wuppertal gezeigt, so bin ich mich erinnern. Duisburg wurde eine Gala-Veranstaltung gemacht mit 600 Zuschauern. Das war echt geil gewesen. Also das war einer der Highlights gewesen auf jeden Fall. Und was haben wir gesagt? Duisburg, Wuppertal wurde er gezeigt. In Münster wurde er gezeigt. Ja, drei. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Mit wie vielen Leuten habt ihr das gedreht, den Film eigentlich? Achso, mit den Crew-Mindsets. Ja, genau. Insgesamt war es 117 gewesen. Oh, doch schon eine ganze Menge, ne? Also Schauspieler, die gesamte Crew, 117 Leute, genau. Aber jetzt schlagen wir einen ganz neuen Kapitel auf. Und zwar, du hast ja ein Remastering von Take Your Mid gemacht. Was genau hat sich an diesem Film geändert? Was würdest du uns da sagen, das ist neu und das ist neu und das ist gemacht worden? Der Film wird wirklich remastered worden. Der Film ist ganz ein ganz anderes Niveau gezogen. Ich habe einen Cutter gehabt und der hat den Film natürlich überhaupt nicht verstanden, warum es da geht, obwohl ich da zigmal Stunden da bei dem verbracht habe. Aber der hat den Film nicht verstanden, Bruder. Deswegen gab es da so ein bisschen Auseinandersetzungen. Der Film wurde neu geschnitten und dann habe ich den nochmal auf die Hand genommen. Ich wollte den nochmal neu schneiden. Okay, es ist mir gut gelungen und dann habe ich halt den Junaid kennengelernt. Und wir haben den Film zusammen hier angeguckt gehabt und der meinte, ey Bruder, Respekt, also der Film ist wirklich gut geworden. Aber der hat mir dann auch direkt gesagt, Ömer, der muss neu geschnitten werden. Und zwar von Axoy Studios. Ja, dann machen wir mal einen ganz kurzen Überschwenker zu unserem Kreativdirektor Z23, Junaid Axoy. Hi. Hi. War dir alles gut, alles taco? Alles bestens, so wie man halt lebt. Und was soll ich dir beantworten, mein lieber Freund? Ach, was willst du mir beantworten? Ich finde das geil, dass du so offen bist, dass du schon direkt so meine Fragen beantworten möchtest. Finde ich geil. Hammer. Dir beantworte ich meine Fragen gerne. Das weißt du. Ihr habt ja jetzt zusammen einen Remaster zusammen gemacht. Tech Emmit von ihm. Und du hast nochmal die Kirsche auf den Sahnehäubchen nochmal so ein bisschen draufgegeben. Ja, genau. Das ist ja mein Spruch eigentlich. Genau. Richtig. Richtig. Damit ich das anders profitieren, würde ich das nochmal sagen, er hat nochmal den Ganzen nochmal die Süße nochmal verleiht. Einen schönen Duft dazu nochmal gegeben. Was hast du genau, wie würdest du sagen, was hat das für dich jetzt, Tech Emmit, hat das für dich eine ganz neue Bedeutung jetzt in deinem Arbeiten? Ist das was Neues für dich jetzt? Ja, klar. Also ich hab hier mal so hobbymäßig geschnitten. Tech Emmit hat hier drei Stunden hohem Material und die alte Version hat hier 90 Minuten gedauert. Und ich hab diesmal ganze drei Stunden Material in 208 Minuten kompromiert alles, als ich gesehen hab, was der hier geleistet hat. Weil das sind so Sachen, da hab ich mich auch schon früher darauf fixiert. Aber das Problem hier in der Branche ist, wenn du nicht die richtigen Leute hast, dann läuft das nicht. Ja. Und er hat genau das gemacht, was ich schon in meinem Kopf hatte. Aber ich hab ihm, also ich wollte ihm auch nicht kränken so, weil das ist, nicht jeder Künstler ist froh, wenn man in seine Werke reinfuscht. Aber Kritik muss man ertragen. Zum Beispiel die Action-Szenen könnte man besser machen. Die Message, das Thema, die Vorurteile, alles perfekt. Als er mir dann noch diese Rohmaterialien gezeigt hat, die er nicht benutzt hat, dann wusste ich, okay, ich muss diesen Film in die Hand nehmen. Und er hat mir die Rohmateriale zur Verfügung gestellt. Und ja, ab dem Tag warst du auch dann dabei. Wollen wir das nicht vergessen? Ja. Also der Film, der Remastering ist entstanden durch uns drei. Du kannst mal den Leuten zeigen, wer du bist. Soll ich das machen? Ja. Dann mach ich das. Wären Sie Zeuge eines noch nie dagewesenen Films. Der Blockbuster. Am 28.01.2018. 20.15 Uhr. Free Online Premiere. So sieht's aus. Ja, man. Cool. Das siehst du ja. Wenn du schon so abgehst. Ja. Und dann haben wir uns halt noch ein bisschen kreativ überlegt. Vielleicht könnte man noch neue Szenen aufnehmen. Das ist immer schwer. Eine alte Produktion, die schon drei Jahre her ist. Neue Szenen, dass das auch noch alles identisch aussieht. Ja. Dann kam uns halt die Idee, ein Intro und Outro neu zu verpassen. Ja. Und dann... Ja. Da war ich auch mal dabei. Da bist du mit deiner Stimme dabei. Also ein kompletter Remastering. Video und Audio Remastering. Ein paar Drohnenaufnahmen gibt's ja auch noch in dem Film. Ja. Also der Film hat auf jeden Fall einen ganz... Auch chronologisch, ne? Chronologisch auch ein bisschen... Aber bei der alten Version hat er auf manche Szenen verzichtet, weil der Cutter halt damals, so wie Ömer mir erzählt hat, Mist gebaut hat. Ich hab jetzt all die Szenen... Das sind nur noch wenige, die wir nicht benutzt haben. Ganz, ganz wenige so. Die keinen Sinn gemacht hätten. Aber ansonsten hat der Film jetzt von A bis Z einen kompletten schönen Sinn. Auch eine schöne Message. Geil. Also du hast das schon auf jeden Fall das einzige... Das alles schon so krass erklärt, was du daran so verändert hast. Finde ich ja richtig, richtig geil. Hammer. Also ich hab mir den bestimmt jetzt schon zigmal angeschaut, ne? Und langweilig wird der nicht. Also wenn es dem Cutter und dem Regisseur nicht langweilig wird, denke ich mal, wir haben eine gute Arbeit geleistet. Das glaube ich nämlich auch, ne? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, wenn du nicht die richtigen Leute hast, dann kann man auch nicht vernünftig arbeiten. Und ich glaube, ihr habt euch schon so ein bisschen beide so ein bisschen gefunden dann. Ja. Bei Ömer habe ich gesehen, wir haben... Wir ticken so in der gleichen... Wir harmonieren. Wir harmonieren auch mit dir. Ja, also die... Ja, klar. Also Szenen, du gehst natürlich auch dazu. Du bist ein wichtiger Mann für Tirk Ümit gewesen. Da muss man nicht vergessen, ey. Danke. Ich bin auch dabei. Cool. Wurde der Film eigentlich auch gefördert durch andere Institutionen eigentlich? Dieses Film wurde gefördert durch Kulturbeirat der Stadt Duisburg. Und herzlichen Dank nochmal an Daniel Jung, an die Stadt Duisburg, der mir so ein bisschen den Fördermittel, den Rückendeckung gegeben hat. Danke nochmal dafür. Also der Film Tirk Ümit, den habe ich ja erst so, eher so nachhinein erst so mitbekommen. So, wo wir uns kennengelernt haben, da haben wir uns so ein bisschen gesprochen gehabt und habe ich dann so ein bisschen, haben wir über die Projekte gesprochen, die du mal gemacht hast. Warum ist mir eigentlich mir oder beziehungsweise den Zuschauern irgendwie nie aufgefallen, dass das publik gemacht worden ist, zum Beispiel im Fernsehen oder beziehungsweise im Fernsehen oder in den Medien mal so berichtet worden ist. Also ich habe nie davon was gehört. Gibt es da einen bestimmten Grund dazu? Ja, wie gesagt, der Film ist auf jeden Fall sehr sozialkritisch gewesen und sehr auch politisch. Ich denke mal, da gab es sehr, sehr wenige Leute, die einfach den Mut haben, den Tirk Ümit einfach mal zu zeigen, wie gesagt, weil der sehr sozialkritisch ist. Aber ich glaube auch deswegen ist der Tirk Ümit auch so publik geworden, weil der eben so so sozialkritisch ist. Fernsehen natürlich, wir haben Arte damals angesprochen gehabt, aber naja, die wollten den Film so ein bisschen gekürzt haben, mal da rausschneiden, mal da rausschneiden. Welchen Künstlern gefällt das schon? Sein eigenes Werk, das irgendwie je nach Wunsch zusammenzuschneiden, das wollte ich auf gar keinen Fall nicht. Und so hat sich dann nicht ergeben. Aber wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall vielleicht mit Z23, Muslim Mainstream auf jeden Fall, wird er jetzt Blockbuster feiern. Mal gucken, wie das kommt. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Du hast ja auch sehr viele Vorurteile in deinen Filmen mit eingebracht, thematisiert. Wurden dir während des Films, gerade durch diese Vorurteile, irgendwelche Steine auf den Weg gelegt, als du diesen Film gedreht hast oder beziehungsweise während du diesen Film gedreht hast? Ja klar. Die gibt es immer. Jeder, der Filme macht auf jeden Fall, kennt das ganz genau, dass solche Steine, solche Umwege auf jeden Fall da drin sind. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ich frag mal erst mal Jyniet, dann komm ich mal zu dir nochmal. Ja, kurz gesagt, wie sagt man auf Türkisch so schön, Kismet. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also Schicksal heißt es übersetzt. Und das sollte auch, glaube ich, so sein, dass der Ömer halt erstmal die erste Version so versucht rauszuschlagen und hat halt Steine im Weg gehabt. Und dann kam ich irgendwann hier ins Studio. Ja, ich war schon ein bisschen vorher hier bei Z23 Studio und danach kam der Ömer. Und hier haben wir uns halt persönlich kennengelernt. und als er dann hier seinen Film uns gezeigt hat. Ja, da hat es angefangen halt. Da hat es gefunkt. Ja. Da hat es gefunkt. Genau. Da hat es geknistert. Da hat es geknistert. Und ja. Und dann kamst du noch in die Sache rein. Die drei haben es dann hier irgendwie hinbekommen, eine Remastering zu machen von Tech Ümit. Direct is cut. Ja. So viel von mir. Wolltest du eine bestimmte Message den Leuten mit diesem Film vermitteln? Ich denke ja, oder? Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe, als ich Tech Ümit gedreht habe, habe ich ganz ehrlich gesagt nie kommerzielle Gedanken gehabt. Also ich wollte mit diesem Film auf gar keinen Fall Geld verdienen. Aber ich wollte absolut, dass der Film Jugend erreicht. Dass der viele Menschen erreicht, viele Jugendliche erreicht. Weil der Film hat ja eine Kernmessage. Und wenn die Jugend das Film versteht und kritisiert, auch so ein bisschen nachdenken über den Film, das ist mir viel wichtiger als jede Million oder jedes Geld auf dieser Welt. Also der Film wurde auch in Universitäten auf jeden Fall gezeigt. In Schulen wurde er gezeigt. Weil ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass dieser Film genau da gezeigt wird, wo es verdient. Also das ist Universität, Schulen, da wurde er auf jeden Fall gezeigt. Und ich wäre natürlich sehr, sehr froh darüber, wenn er mehr in Schulen gezeigt wird. Auf jeden Fall. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Juni, du bist ja gerade nicht eine unbekannte Person. Dich kennt man wahrscheinlich jetzt vom Aussehen her, wird man dich wahrscheinlich zum ersten Mal wohl sehen, weil du jetzt nicht so öffentlich warst. Aber deine Werke, die waren ja schon öfters im Fernsehen zu sehen, in den Medien. Zum Beispiel in Radio, ProSieben, Sat.1 und den ganzen Sendern und die hochrangigen Sendern. Die haben ja berichtet über Muslim Mainstream, du bist ja der Macher von dem. Und du hast ja auch Supermuslim beispielsweise auch gemacht. Ist etwas länger her, aber du hast es gemacht. Was hast du noch gemacht? Du hast ja auch Musik damals gemacht. Du hast ja auch eine musikalische Ader. Ich habe viele Interviewanfragen bekommen, aber ich bin nie darauf eingegangen. Deswegen hat man von mir nie so öffentlich was gesehen. Also immer im Hintergrund geblieben. Und da wir ja wissen, wie unsere Medien das alles schön ins negative Licht reinrücken. Und wie du schon gesagt hast, viele Werke benutzen. Aber leider zu negativen Schlagzeilen. Ich glaube, für die bin ich bis dahin gut. Da benutzen die das, ohne zu fragen natürlich. Ich musste immer bei vielen Angelegenheiten Anwalt einschalten. Jetzt muss man ein bisschen positiv denken. Ich habe jetzt die richtigen Leute. Wir sind ein richtiges Team. Und große Projekte werden geplant. Ja, wir haben schon angefangen. Das nächste Projekt. Wir denken schon über das übernächste Projekt. Und inshallah werden wir es schaffen, was wir drei so geplant haben. Du hast ja gerade gesagt, wir haben ja riesengroße Projekte. Ja, das sieht man eigentlich auch hier an deinem Bad. Hier da praktisch. Warum rasieren sie sich eigentlich? Warum rasieren wir uns eigentlich nicht? Warum sehen wir aus wie IS-Terroristen? Genau. Alles, was ihr seht, hat es auf jeden Fall einen Sinn, inshallah. Imr, du hast ja ein paar Szenen gehabt, wo ein bisschen nackte Haut gezeigt worden sind. Oder andere Szenen, wo gesagt wird, okay, da kann man richtig kritisieren. Da kam mir von den Nutzern, von den Leuten, die, sag ich mal, den Trailer gesehen haben, die zwei Trailer gesehen haben, Kritik. Was sagst du dazu, zum Beispiel zu den Nacktszenen von einer Frau? Ja, also Kritik ist immer auf jeden Fall gut. Ich nehme auch Kritik wirklich von den Zuschauern sehr, sehr ernst. Ja, über diese nackte Zähne im Film. Ich sage immer so, wenn es auf dieser Welt ein Gutes gibt, gibt es auch einen Bösen. Und warum sollte man immer noch immer den Guten zeigen im Film, sondern wir wissen ja, dass es einen Bösen gibt. Und ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man auch in Filmen den Bösen nicht nur nennt, sondern auch Zeit. In diesem Sinne sind ja Frauen jetzt nicht persönlich gemeint Frauen, sondern für Ümit dieses Club, dieses Rockermilieu und dieses halt Frauen, wo der zum Beispiel zum Table Dance geht und diese nackte Frauen sieht. Und im Nachhinein merkt man das im Film, dass die Frauen halt den irgendwann nicht mehr gut tun. Und das ist halt der Böse im Film. So wollte ich das halt interpretieren in dem Film. Darum geht es. Also es ging eigentlich nicht viel darum, zu zeigen, ah, okay, nackte Frauen, sondern diese nackten Frauen haben den eigentlich nicht gut getan im Film. Und darum geht es. Ah, okay. Du hast auf jeden Fall, sag ich mal, das Böse ein bisschen so ein bisschen verbildlicht, hast du das dann gemacht. Genau, ganz wichtig fand ich das auf jeden Fall. Also das ist, dass man, wenn man einen authentischen Film macht, und dieser Film ist authentisch gemacht, wahre Geschichten, ja, also wahre Ereignisse, sagen wir mal lieber so. Weil Ömer hat da auf jeden Fall auch Themen erwähnt. Also ich kannte ja Ömer vor dem Film nicht. Er hat Themen erlebt, die ich selber auch gesehen, erlebt habe. Er hat mir erzählt, manche Szenen hat er selbst eins zu eins erlebt. Also kann man schon sagen, der Film ist schon auf vielen Szenen nach wahren Ereignissen aufgebaut. Und wenn du was anderes machst, nügst du ja. Also das ist ja, man sagt ja, ein authentischer Film musst du zeigen, das Gute und das Böse. Ich meine, das kann man kritisieren, ja. Aber meistens sind das auch diejenigen, die dann in den Kino gehen und sich andere Hollywoodfilme angucken, wo nur fast nackte Haut zu sehen ist. Und da kann man den Film nicht angreifen, wegen 10 Sekunden, 20 Sekunden. Ja Ömer, der Film wird ja am 28. Januar nächsten Jahres, wird es ja ausgestrahlt, live. Einmalig, richtig? Und zwar free online wird es ja gemacht. Und du wirst es ja über Muslim Mainstream laufen lassen. Wie bist du eigentlich auf Muslim Mainstream gekommen? Warum eigentlich über Muslim Mainstream? Die Idee kam auf jeden Fall von Junaid, dass er mich angesprochen hat und gesagt hat, pass auf Ömer, der Film passt auf jeden Fall zu Muslim Mainstream. Und ich habe ja auch damals so ein bisschen Muslim Mainstream so nachverforscht, warum es da geht um diesen Kanal. Dann hat er natürlich sofort zugesagt, weil Muslim Mainstream passt wirklich für den Film. Also der ist fast so, man könnte sagen, der wurde von Muslim Mainstream poliziert. Das ist für diese Seite auf jeden Fall. Dann habe ich natürlich Junaid sofort zugesagt und gesagt, ich finde das geil, dass wir so eine Online Premiere machen. Dann hat er natürlich zugesagt, weil ich mich auf jeden Fall freu darüber. Du hast schon direkt den Vorschlag für Ömer dann gemacht, hast du gedacht, ey, das Ding, das muss krachen, das muss ich jetzt nochmal schneiden. Ja, aber das kam alles später. Daran haben wir überhaupt gar nicht gedacht. Also das kam dann irgendwann so mit, wo wir schon 80 Prozent des Filmes fertig waren. Ob ich den vorgestellt habe, irgendwie kam die Idee zustande. Und danach habe ich natürlich, warum nicht? Eine Free Online Premiere auf Muslim Mainstream passt optimal, finde ich. Also finden wir. Ömer, du hast ja, der Junaid hat das schon ein bisschen etwas angekratzt. Er hat ja schon gesagt, wir werden ja demnächst auch neue Projekte starten. Wir haben ja schon im Voraus schon etwas geplant gehabt. Willst du den Leuten schon mal so ein bisschen so einen kleinen Bonbon, so ein bisschen Baklava geben, damit die ein bisschen heiß werden? Auf jeden Fall. Also die Idee, ich sag mal vorab, ich muss nicht so viel verraten, aber das wird auf jeden Fall ein Western. Ein Western mit türkischen, mit internationalen Schauspielern. Und die Idee kam von mir, dass ich immer sowas schreiben wollte. Grundideen waren da. Ich wusste, wo der Film anfängt. Ich wusste, in welche Richtung das gehen soll. Und ich wusste auch, welche Darstellung ich da brauche. Und dann kam natürlich der Junaid und du natürlich. Wir haben uns irgendwo mal gesessen und dann haben wir uns einen Plan gemacht. Und jetzt steht der Drehbuch fest. Und die Dreharbeiten fangen am 20.01. an, inshallah. Der Ömer hat ja schon etwas beantwortet. Er hat ja schon ein bisschen was über die Projekte erzählt. Willst du den Leuten mal vielleicht ein bisschen auch so ein bisschen Kitzel, ein bisschen heiß drauf machen, was für Projekte ihr noch, bzw. wir noch starten möchten? Naja, das ist ein Kurzfilm. Da muss man schon vorsichtig sein, was man Preis gibt. Also der Ömer hat das Wichtigste gesagt. Western, Master Movie. Und genau wie es für Ömer ist, ist es auch für mich. Das ist wie so eine Neuwelt, so ein Experiment. Und ich mag sowas. Ich mag sowas zu experimentieren, nicht immer das Gleiche. Man muss immer, da ticke ich und immer auch gleich so, man muss immer etwas machen, was vorher keiner gemacht hat. Und hier sieht man nicht in Deutschland, dass man viele Western-Filme gemacht hat, außer Komödien, soweit ich weiß jetzt. Aber sowas, was wir jetzt so planen, in diesem Style, glaube ich nicht. Nein, gibt es nicht. Gibt es auf jeden Fall nicht. Also bis jetzt habe ich auf jeden Fall auch noch keine gesehen. Stellt euch vor, Western mit interkulturellen Leuten. Jetzt noch mal eine Abschlussfrage nochmal. Was bedeutet Take In It für dich? Also hat es irgendwelche Bewegungen in deinem Leben erzeugt, wo du sagst, wow, durch diesen Film bin ich zu dem und dem Entschluss gekommen? Für mich war das eigentlich immer so, der Hoffnung für mich, diesen Film zu machen. Und diese Hoffnung ist mir gelungen. Darüber bin ich sehr froh. Und für dich nochmal, Jeanette, was hat dieser Film für dich etwas bewirkt? Etwas Neues, etwas Sagenhaftes, was dich irgendwo gesagt hat? Wow, cool, etwas Neues. Ja, außer diese zwei Monate intensive Arbeit. Ich finde es schade, dass ich nicht von Anfang an dabei war. Und auch dieser Film wird immer so an die Freundschaft erinnern. Ja, zwischen mir, dir. Und ja, letzte Hoffnung. Den Sendern will ich gerne fragen, wie kamst du auf Take In It? Wie ich auf Take In It kam? Soll ich jetzt halten? Das ist eine wichtige Frage. Wie kam ich auf Take In It? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir sind ja beide hier eingestiegen. Und dann haben wir dich irgendwie so ein bisschen kennengelernt gehabt. Da hat der Jeanette gesagt, ey, der Ömer, der hat einen richtig geilen Film gedreht. Da hab ich gesagt, echt? Dann lass mal zusammen gucken, haben wir ihn geguckt. Und ich fand den auch richtig geil. Da hat der Jeanette dann gesagt, ey, da hast du sogar gesagt, ey, lass doch mal einen neuen Film, nochmal einen Remaster nochmal machen. Und dann haben wir nochmal überlegt, hat doch irgendwas gefehlt irgendwie. So eine Stimme haben wir dann gesagt, ne? Am Anfang haben wir gesagt, so ein Intro, Outro. Ja, genau. Dein erster Eindruck, wo du auf jeden Fall mitgesehen hast? Das war zum Beispiel der erste Eindruck, wo du Film fertig war. Was war dein erster Eindruck? Also, ich fand den Film richtig gut, muss ich sagen. Also, der hat wirklich diese Vorurteile, was es momentan so gibt, was es mit Islam zu tun hat. Jetzt gut, jetzt will ich ja auch nicht so viel verraten. Ich meine, Leute, das wird ein Film. Ne? Ich muss sagen, die erste Version, die war okay. Die hat mir richtig gut gefallen. Die war auch gut, fand ich. Auch von Vorurteilen her fand ich richtig geil thematisiert. Aber jetzt wurde das jetzt nochmal bearbeitet worden. Mit deinen Stimme. Mit meiner Stimme nochmal, genau. Und mit Jeanettes Cutting mit den ganzen Effekten und der ganzen neuen Musik. Und natürlich auch nochmal deine Ideen auch nochmal mit nochmal reingebracht. Das hat nochmal einen ganz anderen Flair nochmal in den Film reingebracht. Und das hat jetzt mittlerweile, muss ich auch sagen, die Message, die kommt auch bei den Leuten, denke ich mal, auch viel klar. Inchallah, Inchallah. Inchallah, ja. Inchallah, genau. Ja. So, Zenel, Mikrofon an dich wieder. Danke. Ich glaube, das kannst du am besten. Ey, das ist auch cool gemacht. Danke, man. So, Leute. Das war das Making-of von Tech Ümit 2018. Mit Ömer Pekürek. Dankeschön, dass du hier warst bzw. hier bist. Und danke, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Ich hoffe, dir ist es gefallen. Ja, alles super. Alles gut. Du machst dich auch ganz gut. Respekt an dich, Bruder. Ehrlich. Ey, danke mal. Besten Dank. Und Jeanette nochmal einen großen Dank nochmal an dich, dass du hier bist bzw. warst bzw. bist. Ja, bis dir. Nee, Bruder. Ich danke dir. Oh, dankeschön. Seht ihr? Wenn man so ein Team hat, da wird man erfolgreich. InshaAllah. Und ich sag euch eins. Zieht dich verdammt nochmal in diesen Film rein. Sonst gibt es für euch keine Hoffnung mehr. In diesem Sinne. Ciao.